So Leute, geht weiter. Nächste Einheit. Etwas locker bei der ganzen Geschichte heute. Relativ koordinativ gehalten. Ihr geht in den Liegestütz, haltet den Rumpf für den Kader. Ich zeige es von der Seite, dass ihr wie ein Brett hier seid. Und jetzt Schulter an Ketten. 20 bis 40 mal insgesamt. Also hier 1, 2, 3, 4, 5. Versucht hierbei nicht zu sehr einzudrehen, sondern hier wirklich eine Spannung zu halten, dass wir die Bauchmuskulatur gleich mittrainieren. Okay? 20 bis 40 mal. Und dann, ganz klassisch, Sit-Ups. Wir sind bereit, wisst ihr Bescheid. Ihr könnt das mit Partner machen, dann macht ihr zuhause gleich was Sinnvolles zusammen. Ihr setzt euch hin, haltet Hau und Füße fest und derjenige nimmt die Finger an die Schläfen, zieht sich auch wenn möglich nicht am Kopf hoch und legt los. Genau. Im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, haltet ein wenig Abstand bei der ganzen Geschichte. Spuckt euch nicht an oder so. Ansonsten passt das, ihr seid ja zuhause. Okay. Ihr könnt es auch alleine machen, indem ihr sagt, okay, ich sitze nur so da, aber das ist auch erlaubt, dass ihr hier ein kleines bisschen Schwung nehmt um aufzukommen. Okay? Und hier auch so 10 bis 20 Wiederholungen. Ihr schätzt euch selber ein, die ihr schafft. Macht wieder eine Minute Pause und guckt, dass ihr eventuell 10 Runden vollkriegt. Viel Spaß. Haltet durch. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.